Du schaffst das, du kannst das, du wirst ein Level rocken. Danke Link-Fan. Aber es sieht nicht gut aus. Okay. Warte. Okay. Sehr, 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 sehr. Ich hasse diese Fledermäuse. Das war's. Das war's. Oh, doppelte Akkumaske. Ja. Okay. Vielleicht jetzt. Ja, 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 ja. Wir haben ein Leben gekriegt. Das ist so Gold wert. Checkpoint. Ich hab was aktiviert. Da war eine geheime Cache. Hey. Okay. Ja, ja, ja. Verstehe. Link-Fan glaubt an mich. Ich muss es schaffen. So, hier können wir ja scheinbar stehen. Eins, zwei, drei. Vorsicht. Das ist doch gar nicht möglich. Das ist gar nicht möglich. Oh, okay. Oh, scheiße. Verkackt. Da oben sind Leben. Könnt ihr alle gleichzeitig? Oh, okay. Oh, Gott, was? Laufen, 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 laufen. Warte, jetzt? Ja, okay. Was ist denn das jetzt? Okay. Und was ist das? Okay. Okay. Wie lang ist dieses Level? Boah. Okay, was ist das? Ah, das mag ich nicht. Oh. Oh. Ja, da können wir einfach bleiben erst mal. Scheiße. Scheiße. Okay. Uh, Vorsicht. Das ist eine richtige behinderte Stelle. Oh, mein Gott. Also, jetzt. Hallo. Da können wir nach hinten. Aber was ist, wenn ich zurück muss? Scheiße. Okay. Gehen wir nach hinten. Dr. Neocortex? Dr. Neocortex? Leben. Abgekürzt. Ah. Oh. Oh. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Hä, alle drei, wo ist das Modus-Level? Ich höre es sogar. Egal. Da ist es. Drake. Drake. Yoshi. Hallöchen. Vielen Dank für deinen Host. Herzlich willkommen. Na, wie geht's? Oh. Also, ich bin hier fix und fertig. Das Spiel, das killt mich einfach heute. Es ist der Wahnsinn. Oh Gott. Oh. Hä? Oh, wow. Oh Gott. Geschmolzen und selbst genauso. Auch. Ja. Geschmolzen bin ich auch. Und zwar doppelt und dreifach. Durch die Hitze und durch das Spiel. Es ist der Wahnsinn. Ach, Gottchen. Was? Was? Reibt sich die Augen? Nee, du bist nicht Sunny. Was? 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 Wen meint es da jetzt? Oh mein Gott. Okay, warte. Ich muss mich konzentrationen, Drake. Sorry. Ich muss hier erstmal wunderbar durchkommen. Bitte. Das Level ist so lange. Ich könnte kotzen. Und. Pff. Oh Gott. Oh mein Gott. Hilf mir, Drake. Nani Baka Naito What the fuck is going on hier Was war das denn Okay Ey ich Gott sei Dank gibt es in diesem Kackspiel Kein Fallschaden ohne Witz Oh mein Gott Oh mein Gott Okay das war nichts Oh Gott Fantastisch Checkpoint Checkpoint Alles klar was geht ab Ach wegen den Namen Linkspielen Okay meine beste Ist ja auch eine Zeit lang Linkspielen 16 Ah witzig So viele Linkspielen Angeblich gibt es noch viel mehr Da kann ich dir nicht helfen Spiel selbst das erste war dieses Game Und hab bisher nur mal reingeschnuppert Du wirst so auch dran verzweifeln Einfach ich hab schon die schwersten Level hinter mir Du hast echt was verpasst Und zwar richtig heftiges Zeug Ähm Was du ja dann gerne auf YouTube nachgucken kannst Wenn du magst Aber Ich sag's dir das hat so in sich Ich bin auf der zweiten Insel Von drei Und auf der zweiten Insel ist einfach Es ist Hölle Es ist die Hölle Es ist so die Hölle Oh Gott Nein Du hast einfach das Gefühl Die Level enden nicht mehr So Gut Arschkolben Da ist das Ende vom Behinderten-Bums-Level Ne Na warte Von dir lass ich mir auch Von dir lass ich mich jetzt auch nicht besiegen Du Krapfen Komm her Komm Komm her Ja komm hier rüber Ja wo bist du denn Komm jetzt her Komm Ja was 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 Komm hier her Willst du mich jetzt verarschen Hallo Was mach ich denn jetzt bitte Oh Gott Ja und jetzt Ja wow Hä Witzig Arschfalte Wenn ich jetzt game Ich 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 hör auf zu streamen Wenn ich jetzt an dem Lappen Game over gehe Bitte ich schwör bei Was ist denn das Da ist das verkackte Ende Gib mir meinen Tipp Fuck ich will hier nicht game over gehen Das Leben ist scheiße Ich will nicht nochmal Hey Nein 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 Einfach nein Ich hab nur noch ein Leben Das kann doch jetzt nicht wahr sein Welcher Kernbehinderte Volksidiot Hat dir diesen scheiß Gegner am Ende hingepflanzt Oh mein Gott Boah wenn ich den sehe Den kacke ich ins Müsli Oh Gott Ja drauf springen geht ja nicht Ich komm nicht an ihn ran Fuck Oh Gott Ja geht nicht Bei den roten darf man wohl nicht draus springen Jetzt kriege ich nicht mal eine Uka Maske Ich gehe Ich gehe game over an so einem Pickel Das ist jetzt nicht euer Ernst Ne ist vorbei Ne 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 wenn ich jetzt game over gehe ist vorbei heute Ne Ne Hab ich echt keinen Nerv mehr dann Dann ist vorbei Boah Ist hier hinten Vielleicht Nein Super Toll Wie soll ich das jetzt schaffen Wieso kriege ich keine Uka Maske Ich hab die sonst immer gekriegt bei nur Leben Ja hab ich auch versucht Hat ja auch nicht geklappt Ich wollte ja dass er herkommt Und dann Dass ich daneben springe und so Aber es hat alles nicht geklappt Fuck Fuck Einfach Ich kann nur noch eine Sache ausprobieren So komm her Scheiße Wenn das jetzt nicht klappt So und jetzt ist er hier Oh Gott alter Das muss ich jetzt so timen Weh ich kann nicht auf dich drauf springen Du bist rot Ich glaub nicht dass es klappt Oh Gott Okay Oh scheiße Null Leben Level Ausgang Okay Warte Was Was Lustig Okay warte Oh ich trau mich einfach nicht Scheiße Kann man ihn im Sprung angreifen Ich weiß es nicht Ich könnte so machen Ich muss warten bis er gelandet ist Jetzt Ja 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 Oh Oh mein Gott Ja 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 Nichts wie raus hier Oh Mein Gott Oh mein Gott Genau so fühle ich mich wie Crash Einfach erschlagen Oh mein Herz Alter Ich glaub ich kotze Immerhin nicht daneben gesprungen Ja Echt so Ich hab ihn nicht